Hallo, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuschauer. Sonne scheint, Sommerwetter, die Wahlen rücken näher. Und deswegen heute mal ein nicht-freimaurisches Video. Als politisch interessierter Mensch habe ich mich natürlich in den letzten Tagen und Wochen damit beschäftigt, wen werde ich wählen? Eigentlich habe ich eine relativ klare Vorstellung, wen ich wähle. Aber ich bin doch jetzt verwirrt und irritiert und innerlich zerrüttet, nachdem ich gestern Valumat gemacht habe. Vorher habe ich mir natürlich Plakate angeschaut. Aber das, was beim Valumat rausgekommen ist, das hat mich doch natürlich irgendwie ein bisschen verwirrt. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr wollt, dann guckt euch an, was in meinem Valumat-Ergebnis rausgekommen ist. Ich habe das mehrfach ausprobiert. Es war immer ein etwas ähnliches Ergebnis. Und eins davon habe ich euch einfach mal aufgezeichnet. So, ihr Lieben, jetzt gucken wir uns das Ganze mal real an. Also, Valumat, Bundestagswahl 2021. Wir drücken hier auf Start. Und es geht los. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Dem stimme ich nicht zu. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erheben. Dem stimme ich aber auch nicht zu. Bei Bundestagswahlen sollen 16-Jährige wählen dürfen. Naja, ehrlich gesagt bin ich da nicht so dafür. Aber wir sind ja nicht so. Machen wir mal neutral. So, Förderung von Windenergie soll beendet werden. Ja, doch, die soll beendet werden. Denn es gibt ja viele andere Optionen. Und vor allen Dingen nerven diese blöden Windräder ja total. Okay, so. Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieterwohnungsminen zu erhöhen sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Ja, irgendjemand muss diese Häuser ja aber auch wieder instand halten. Okay, wir machen neutral. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen durch Patente geschützt sein. Dem stimme ich natürlich überhaupt nicht zu. Gar nicht wegen Covid-19, sondern generell sollten gewisse Patente einfach nicht erteilt werden. Wenn doch ganz viele Leute dran erkranken. So, okay, der für das Jahr 38 geplanter Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wir machen mal neutral. Alle Erwerbstätigen sollen eine gesetzliche Rentenversicherung versichern. Dem stimme ich allerdings wirklich zu. Das Recht anerkannte Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Anerkannte Flüchtlinge sollten ihre Familie durchaus auch zu sich holen können. Ich stimme... Quatsch, das war ja falsch. So ein Mist. Jetzt habe ich mich verklickt. Quatsch. Ah, mal gucken, wie es sich auswirkt. Sollte natürlich genau andersrum sein. Okay, auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Nö. Machen wir so. Traditionelle Familienvater, Mutter, Gönster, stärker als andere Lebensgeförderung. Ja, doch dem stimme ich zu. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen erlaubt sein. Neutral. BAföG, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Dem würde ich zustimmen. Auch die reichen Kids können ja mit ihren Eltern überworfen sein. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft. Nein, dem stimme ich nicht zu. Wozu braucht man mehrere Staatsbürgerschaften? Bundesbehörden sollen in unterschiedlichen Geschlechts in den sprachlich berücksichtigen Gender. Nervt. Es bringt nichts und nervt. Ich stimme nicht zu. Ostsee-Pipeline soll wie geplant im Betrieb gehen dürfen. Jo. Stimme zu. Alistair, nimm jetzt hier den Kopf weg. Komm, 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 geh runter hier. Du kannst nachher selber Valomat machen. Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Jo. Tragen eines Kopftuches soll Beamten im Dienst generell erlaubt sein. Aber nicht nur Beamtinnen, auch Beamte dürfen Kopftuch tragen. Denn der Mensch hat das Recht, sich zu kleiden, wie er will. So, die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Ja, auf jeden Fall. Warum soll man etwas abschaffen, was sich doch sehr gut bewährt hat und sehr technisch weit entwickelt ist? Der Bund soll mehr Zuständigkeit in der Schulpolitik erhalten. Ja, nö, eigentlich ja doch nicht, ne? Oder doch, ich weiß es gar nicht. Schwierige Frage. Überall dasselbe? Keine Ahnung. Ich mache neutral. Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanzieren. Ja, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt finanziert wird. Wir lassen es mal auf neutral. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge bekommen für Kommunikationsinfrastruktur. Doch, das sollen die doch bekommen. Warum nicht? Ja, abhören können uns ja auch andere. Also, ich stimme nicht zu. Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften hören? Auf keinen Fall. Der Staat hat sich hier rauszuhalten. Und soll sich davon fernhalten. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Doch. Ich kiffe zwar nicht, aber warum sollen die Leute nicht sauberes Gras legal irgendwo kaufen können? Deutschland soll aus der EU austreten. Ja, gute Frage. Erstmal noch nicht, aber vielleicht später doch. Wir machen neutral. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen, bup, 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 sollen abwechselnd Männern und Frauen besetzt. Ja, völliger Mumpitz. Auf keinen Fall. Es geht doch um Fähigkeiten, nicht um Geschlecht. So. Stationärbehandlung, Krankenhaus und weiterhin über eine Fallbauschalabgabe. Ja, keine Ahnung, wie das da wirklich abgerechnet wird. Ich mache mal neutral. Auf hoher Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Wieder eine Steuer erhoben werden. Die es schon mal gab, offensichtlich. Neutral. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden? Nein. Nein, nein, nein. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Warum eigentlich? Nö, nein, äh, nein, nein, nein. So, ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle. Klingt erstmal gut, aber ich weiß nicht genau, wie das wirklich läuft. Ich mache neutral. Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaften anerkannt werden können. Ja, klar, wenn die anderen anerkannt werden, müssen die auch anerkannt werden. So, der staatlich festgelegte Preis für CO2 beim Heizenautofahren soll stärker steigen? Nein, soll er nicht. So, die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Neutral. Asyl soll weiterhin nur politische Verfolgung? Na ja, dem stimme ich tatsächlich zu. Warum? Weil der Begriff Asyl ja sonst irgendwann völlig sinnentleert wäre. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens Bob auf 12 Euro erhöht werden. Neutral. Flugverkehr soll höher besteuert werden. Weiß nicht, wie er jetzt besteuert ist. Neutral. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren beschäftigten Homeoffice erlauben. Ja, auf jeden Fall sollen die das selbst entscheiden. Okay, wir haben die Gewichtungen, die Thesen. So, und dürfen jetzt nochmal verdoppeln. Blackjack-mäßig. Dürfen wir nochmal verdoppeln. So, Patente für Impfstoffe. Das verdoppeln wir mal. Rentenversicherung verdoppeln wir auch nochmal. Traditionelle Familien verdoppeln wir auch nochmal. So, okay, das reicht. Jetzt gucken wir mal, was hier abgeht. Parteien auswählen. Parteien auswählen. Wir wählen alle Parteien aus. So, und es geht zum Ergebnis. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wallomat, Wallomat, Wallomat. Ah, die Unabhängiger. Wer immer das ist. Die Partei Unabhängiger setzt sich für mehr Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie ein. Sie fordert die Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene, setzt die Freiheit und Forschung. Ja, klingt gut. Doch, damit könnte ich mich tatsächlich identifizieren, obwohl ich sie vielleicht doch nicht wählen werde. Der dritte Weg. Alter Falter. Alter Falter. Ich bin ein Hardcore-Nazi. Aber, auf Platz 3 bin ich doch wieder für eine menschliche Welt. Das Wohl und Glücklichsein aller. Wie geht das? Ich weiß es nicht. Sie steht, die menschliche Welt. 13 gegründet. Setzt sich für eine ganzheitlich spirituelle Lebensführung ein. Doch, das gefällt mir. Sie steht den staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 kritisch gegenüber. Ja, ich auch, muss ich sagen. Abschaffung der Massentierhaltung finde ich okay. 5G-Netzausbau ist wiederum überhaupt nicht mein Thema. NPD. Mensch, die gibt es sogar noch. Ich bin wirklich ein Nazi. Ich merke es langsam. Jetzt kommt die Basis. Okay. Team Totenhöfer. Jetzt gucken wir doch mal, wer hier am Ende wählt. Es steht wenig. Oh, hier ist die FDP, die ich sonst immer wähle oder gewählt habe. Und wer steht am Ende? CDU, Grüne und SPD. Ich bin ein Staatsfeind. Ich bin ein Staatsfeind. Ich bin ein Staatsfeind. Genau die stehen bei mir ganz am Schluss. Ja, liebe Freunde des gepflegten Kerzenscheins. NPD und menschliche Welt und dritter Weg und die Unabhängigen. Ich weiß nicht, langsam komme ich zu dem Schluss, dass ich eine gespaltene Persönlichkeit haben müsste. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr bei Valomat für Ergebnisse habt. Ich habe das natürlich mehrfach hier gemacht und bin auch zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. Aber das hier hat mir am besten gefallen. Gut, okay, einmal habe ich mich verklickt. Vielleicht ist das der Grund, warum ich plötzlich zum Rechten geworden wurde, gewählt wurde, gemacht wurde. Ich will trotzdem was anderes. Ja, das war mein Ergebnis. Ja, was hat das Ganze jetzt zu sagen? Was hat das Ganze für mich zu bedeuten? Bin ich jetzt doch Nazi geworden, ohne es zu merken? Vielleicht bin ich ja Transnazi, ein Nazi, gefangen im Körper eines Esoterikers. Denn ungefähr darauf würde ja dieses Wahlergebnis hinlaufen. Oder liegt es vielleicht doch am Valomat, dass bestimmte Fragen irgendwie gar nicht vorkommen, die viel relevanter sind? Ich weiß es nicht. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Mich würde mal interessieren, ob ihr euer eigenes Valomat-Ergebnis tatsächlich so seht, wie ihr vorher gedacht habt. Oder ob ihr was völlig anderes dabei erzielt habt. Was ich allerdings noch viel interessanter fände, wäre, wenn jede und jeder von euch wirklich mal die Partei wählt, die bei Valomat rausgekommen ist. Ich glaube, dann hätten wir eine völlig andere Zusammensetzung einer Regierung. Aber das wird wahrscheinlich ein Wunschtraum bleiben. Und die alteingesessenen Parteien werden wieder das Rennen machen. Ich bin gespannt. Schön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Knowledge ist ein Inside-Job. Bis bald. Tschüss.